hallo leute willkommen bei batman und weiter geht es im fernhaus nicht weiter hast du auch schon fahren ja ja treppe ins nichts am ende laut was findet dazu los am ende wartet dann dass du das das loch ohne boden das steuerloch eike was ist los mit mir ja eike ist ein harter hund der erschreckt sich nicht ich habe bei deadspace mich nicht einmal erschrocken oder was ist gerade in wir auch schon gespielt ja ist ja auch kein richtiges scheiße ist auch kein richtiges spiel es ist interessant dass es ja kein richtiges 3d spiel ist aber sieht wie 3d aus keine ahnung ist ja eigentlich 2d ich finde schön was john mit den inventar gemacht hat es ist so tiefsinnig ich glaube john hat jetzt wirklich langsam die grenze überschritten ich habe angst ich habe angst ich werde die gleichen oh eike jetzt geht es um die wurst du hast du getan nicht wahr du hast du getan glaube ich genau Ja. Hört euch, Zähle bis 10! Ach, diese Agenten-Igäer. Die Agenten, die C4 einfach liegen lassen. Hört euch, Zähle. Ich habe das Mürstchen-Igäer und habe angefangen, zu schwingen. Genau, ich mach das auch so, Eike. Wenn ich nervös bin, lache ich auch wie ein Irrer. Können wir mit rumspielen? Nein. Eike, bist du bereit dafür? Sind wir immer noch auf Johns Seite? Ja. Die sehen mir nicht erschlagen aus. Eike, ich hab wirklich ein bisschen Angst vor ihm. Vielleicht war es ein Unfall. Ja, ich glaub, der erzählt uns Kohl, oder Eike? Natürlich erzählt er Kohl. Aber wir sind auch auf seiner Seite, oder? Ja? 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 Okay. Okay. Sounds, sounds like you did what you had to do. Exactly. Es war ein wirkliches Leben oder Todes Moment. Aber ich hab einfach so ein bisschen geöffnet, und hoffe, für das Beste. Ich fühlte so viel Rage in mir, Ruth. Es war schrecklich. Es war wie... Es war wie, dass ich jemand anderes geworden bin. Oh, das ist jemand gefährlich. Du machst mir Angst. Du brauchst Hilfe. Du machst mir Angst. Du machst mir Angst. Nix. Das ist schrecklich, John. Ich weiß. Du denkst, ich bin besorgen? Nein. Das ist schrecklich. Es war ein momentarisches Episode. Ein Blasch in der Pfanne. Es wird kein Problem. Ich versuche. Genau, Ed. Du glaubst mir, nicht? Tun wir es? Ja, wir glauben ihn. Ja, wir glauben ihn zweifellos, ja. Natürlich glaube ich. Oh Gott! Danke, Bruce. Danke, Bruce. Ich war nicht sicher, dass ich dich betrachten konnte. Nicht nach der Rage. Es war schwer, zu wissen, dass du mit mir nicht direkt gewesen bist, Bruce. Stimmt. Sollen wir ihn darauf ansprechen, dass er auch Geheimnisse hatte? Oder sagen wir, ich habe keine Geheimnisse. Wir haben keine Geheimnisse. Wir haben keine Geheimnisse. Wir haben keine Geheimnisse. Oh nein. Oh nein. Oh nein, ich kann. Das ist lächerlich. Denk, was du willst. Ja, ich bin... Wollen wir sagen, dass wir Batman sind? Ja, sagen wir es. Machen wir es. Sicher? Ja, los. Aber dann weißt du... Es ändert doch immer, das Ende ist doch immer gleich. Okay, dann auf deine Verantwortung, auf deine Verantwortung. Es ändert nichts an der Story. Ja, das ist wahr. Du hast es herausgestellt. Ich muss sagen, dass ich mich beeindruckt. Nur weil du mich überraschst. Nachdem du auf deine eigene Schwarm zu retten, um zu retten, zu retten, gab es keine Gefahr. Und was? Du denkst, dass du das auf mich benutzt hast? Ja? Ich schraubf mich? Ich würde niemals... mit zwei Knoten in der gleichen Knoten. Schmerzt du? Oh, mein Kopf fühlt sich jetzt verletzt. Ich brauche einen Sinn. Ich weiß, wo Harley ist. Sie... Kommt die weg! Ja, sag es uns! Stütz dich von der Ritz. Er redet mit seinen Kanzel. Lass mich, helfe dich zu retten. Du und ich, Batman. Wir können diese Stadt zusammen verletzen. Man und Joker? Tja. Ich glaube, wir müssen ihm vertrauen, oder? Ja, John vertrauen. Ja, wir können hier immer noch hintergehen. Wenn er uns nicht wieder hintergeht. Drück jetzt B! Mach's das nicht spannender. Aber jetzt... Let's go find Harley. We'll bring her in. Oh, Gott! Danke, Bruce! Ich bin so... Ich bin so großartig. Oh, sorry about the blood. Wir müssen mit Harley. Wir müssen mit Harley. Wir müssen mit Harley. Wir müssen die Verläutlichen Agenten finden. Ich glaube, ich würde dich auf dem Auto nehmen. Hm. Ich glaube, es ist kein Clowns-Auto mit dem Tisch. Eike, weißt du was? Ich glaube langsam, jede Aktion, die dieser Typ jetzt macht, ich glaube, da ist irgendwie was hinter. Auch das mit den Umarmen jetzt gerade. Mit dem Blut auf unseren Hemd. Eike? Eike? Glaubst du, der will uns da... Du nervst! Ja, ich glaube, da hat er auch was hinter vor. Wieso? Nein, hat er nicht aus dem... Du kennst das Ende doch. Nein, ich kenne das Ende nicht von der ganzen Serie. Von der Story, meine ich. Ja, es gibt doch nur noch vier. Es gibt doch nur noch vier? Ja, fünf kommt doch noch. Ja, die musst du ja spielen. Keine Blindlets Plays, Leute. Ja, ich weiß. Falls dann er sagt... Ich bin ein Mafia. Ich werde diese Brücke auf den Schein. Wenn du mir nicht verdreht, ich kann es nicht machen. Ich kann es tun, Quinn. Auch wenn ich es wollte. Ich meine es! Die Brücke hat alle schäuze von einer Schein auf dem Schein. Die Brücke ist weg. Das Serum, was du willst, ist keine Option mehr. Statt jetzt. Keine Blindes. Ich habe gesagt, zurück. Sie ist jetzt in der Falle. Wir passen auf sie auf. Wir müssen sie aufhalten. Wir passen auf sie auf. Wir passen auf sie auf. Wir halten sie sicher, John. Du musst keine Angst haben. Du sagst, das schlägt meine Nerven. Oder wollen wir hier ausführen? Nein, wir machen weiter. Okay, machen wir weiter. Aber das ist eine etwas längere Folge. Wayne. Wäre Zeit, dass du hierher kamst. Was in der guten Gottabend machte er hier? Direktor Waller. John Doe hat, äh... ...ein... ...aiding Bruce's Investigations. Er ist ein Spezial... ...er ist ein Spezial... ...äh... ...äh... ...und wann konnte man ihm zwängen... ...ein Bataraim zu werfen? Ich weiß nicht. Er ist ein Freund. Guck mal bitte nach. Amanda Waller, meet John Doe. Das wollte ich mich eigentlich im Let's Play haben. Ja, aber ich weiß gar nicht, woher das reicht. Ich bin hier, um die Situation zu verhindern. Ich habe meine Gefühle. Aber hell... ...at diesem Punkt werde ich nichts versuchen. Harley machte Dabans, die wir einfach nicht treffen können. ...eine Detonator ist auf einem Deadman-Switch. Sie lässt es gehen. Diese Brücke ist Geschichte. Diese Situation ist schnell aus der Kontrolle. Ich bin aus der Optionen. Harley geht nach einem Kliff. Und sie wird alles mit ihr dragen. Ich kann sie beruhigen. Nein, wir können sie beruhigen. Ja, okay. Wir können sie beruhigen. Ja. Sie wird nicht hören. Alles, was sie will, ist der Riddler's verdammte Blut. Und das ist Gott. Einer meiner eigenen Leute zerstört es. jemanden in der Agentur. Das Serum, das Quinn wollte, zu machen, ist aus der Tisch. Hm. Lass mich versuchen. Gib es einen Schuss, Bruce. Schau, was du tun kannst. Steine runter, Leute. Gehen durch. Aber sie hat auch nichts mehr zu verlieren. Gut, gut, gut. Gut, gut, gut. Wayne. Harley. Wie geht's? Du hast es aus der Eisbockse. Gut für dich. Ich sollte mir gewusst haben, dass du mit Waller gearbeitet hast. Hat mich schuldet. Ich bin zu einem Punkt. Alles, was ich will, ist Riddlers Blut. Ich verstehe es? Ich lasse Gotham für gut. Wir wissen auch wieso. Es wird dir nicht helfen, Eike. Ja? Ich glaube, wir sagen, dass er es nicht hilft. Dass es einfach an sich gemacht hat. Das Serum, das du versuchst, macht es nicht, was du denkst, es macht. Im jeden Fall sogar. Wie wirst du darüber wissen? Weil ich es in die Augen guckte. Es tut so viel harmlos, als es gut tut. Vielleicht mehr. Harley. Du bist ein Doktor. Du musst es verstehen. Es zerstört deine Gehirn-Chemistie. Aha. Natürlich. Du sagst mir, dass du mich liebst, Wayne. Entschuldigung? Ich mag einen kleinen Romance, wenn ich geklappt bin. Ich stehe auf. Ich stehe auf. Du wirst hier sterben. Du wirst hier sterben. schreien die Hacks. Be solely unter anderem! Oh! Jetzt greift er ein, Eike. Bruce, lass auf so zu gehen. Sie wird es verlieren. Ah! Wenn du? Lass mich mit ihr reden. Ich bin zu wissen, als jemanden. Ich schüchte sie, ja. Überzeuge sie. Sag ihr, was sie hören will. Überzeuge sie. Ja. Hey, don't worry about a thing. With all these people watching, how can I not live up to the occasion? Ja. Ob John ein guter Interessant ist, ich weiß ja nicht. Geben sie ihn eine Chance. Wie versucht er was? Äh. Geben sie ihn eine Chance. Er kennt sie besser als jemand. As long as er sie klingt, gibt es noch eine Chance, dass sie die Brücke nicht zerbrechen wird. Es gibt eine Wahrheit. Nicht genug, um die Hoffnung zu inspirieren, aber es ist besser als nichts. Ich mag nicht den Blick auf das. Nicht nur ein bisschen. Wir müssen ihm vertrauen. Wir müssen ihm vertrauen. Dann tun wir es doch einmal. Das wäre eine interessante Hochzeit. Oh, du hast gespeichert. Das war's. Es ging irgendwie bis zu einfach. Das war's. Wie kann man, John? Wie kann man, John? Du hast mein Herz verloren. Bruce hat mir gezeigt, wie gut sein, Harley. Ich habe es immer nochmals zu machen. Danke für Ihre Brücke, Herr Doe. Du hast einen tollen Job gemacht. Der Virus. Bitte. Ich glaube nicht so. Ich glaube nicht, keiner sollte diese Person haben. Kein aller-gen aller Kerzeiten. Dann sind wir noch nicht auf der Arbeit. Hey, 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 hey! Oh nein, jetzt eskaliert er. Eike, ich bin verwirrt. Wird jetzt Joker zu so einer Art Anti-Held? Was ist denn, Alter, was ist denn, wie viel Tränen-Gas ist denn in dieser Tränen-Gas-Granate? Was ist denn, Rauch-Granate? Oder Rauch-Granate. John, das geht zu weit. John aufhalten. Agent aufhalten. John aufhalten. Agent aufhalten. Jetzt hast du es falsch gemacht. Sicher? Ja, das war falsch. Nochmal von vorn? Ja. Okay, dann schneiden wir es irgendwie rein, lass. Oh, den schon. Das wird eine etwas langere Folge. Nicht John aufhalten. Wir sollen den Agent aufhalten. Ja, okay. Ja. Schnell, 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 schnell. Warum hast du das gemacht? Hirn eingeschlafen? Du hast halt wirklich das, John, das ist der Bösewichte. Ja, nein, ich hab... Du willst ihm nicht helfen, das ist wirklich so richtig hart. Ja, ja, und es steht auch auf meinem Zettel so, X. Äh, doof. Steht sogar X drauf hier. Ich hab mich sogar genommen. Agent aufhalten. Warum hast du es nicht genommen? Weil ich gerade dachte, nicht mehr sicher, ob es stimmt. Ach, richtig ist. Oh, gut, es hat er aufgefangen. Okay, da muss man nicht lange hinschauen. Du sollst mit der Justiz, mit deinen Lüten. Wer ist das? Wer ist das? Wer ist das? Was zur Hölle? Hey, John, erzähl nicht zu viel. Das hat mir so viel Spaß gemacht. Episode 4, Schorken von Raudeville. Das war's, Eike. Das war's, tatsächlich. Ja, ja. Ich hab die andere Wahl wieder eingemacht. Eike, keine Sorge. Oh, wir haben... Blau ist gut, Eike, oder? Wenn ich mich nicht irre, ist blau steht für was Gutes. In den Abschlussbewertungen. 48,9% ließen sie nervös zurück. Hm, aber erfreut wär natürlich besser. Oh! Tolle Zahl, Eike, nicht wahr? 66,6%. Heil Satan. Ja, und jetzt ist John das Gefühl, ein Ordnungshüter zu sein. Es ist schon der Joker. Ja, es ist schon... Ja, wenn man nicht gerade... Die Frisur da. Ja, wenn man nicht gerade schlechte Augen hat, dann erkennt man das ja sofort. Es ist sogar die Frisur. Und sieben... Alfred, stolz zurück. Ja, 66,7%. Hm. Das nur wegen der letzten, äh, auf... Äh... Was wir ihr gesagt haben, wir töten dich. Der Tiffi. Äh, Tiffany. Und ein Teil von uns ließen sie rollvoll zurück. Weil... Ja, ist aber gut. Ja, weil wir ihr gesagt haben, wir töten hier nicht. Meistens wollten wir sagen, töten... Oh! Stinksauer! Ja, genau. Stinksauer, als du vor John Partei ergriffen hast. Oh! Ich glaube, die werden nicht mehr... Die werden nicht mehr unser Freund, oder, Eike? Nein, das wird glücklich. Und, ja... Viele Leute waren für Mr. Fris. Weiter, 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 weiter. Ja, ja, ja. Ja, okay, weiter. Ja, okay. Das ist alles. Ja, gut, das war eine relativ kurze Episode. Okay, Leute, dann sehen wir uns dann nach dem 27. Wenn dann Episode 5 aus... 27. ist? Ja. Oh, jö, 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 jö. Ich höre, was der 27. ist der. Dann müssen wir in der Zwischenzeit vielleicht noch was anderes einbringen für die Tage. Irgendwas? Was anderes. Ja. Wir sehen uns bei The Wolf Among Us. Das muss ja mal anders auch ohne durchspielen. Oder anspielen. Ja. Oder vorspielen, sozusagen, nachdem. Weil komplett durchspielen dauert ja schon ein paar Stunden. Ja, dann fang sofort an. Wie lange dauert denn das Spiel? Werden wir sehen. Okay, dann besorge ich es mir morgen. Also dann, du fängst schon mal an. Ja, genau. Also, Leute, wir sehen uns dann in Episode 5. Ciao. Bessen nicht, der ich nicht weiß. Bis dann. Ciao. Bessen nicht. - Vielen Dank.